hallo und herzlich willkommen zurück zu einer folge battlefield 3 multiplayer meine freunde mit dabei sind die jungs von interior game und zwar der marcel und der adrian willkommen ja wir haben auch wieder eine runde battlefield 3 ich hab die jungs jetzt mal angehauen weil wir jetzt schon lange keine aufnahmen mehr in diese richtung gemacht sondern ja waren einfach viele spiele momentan kommt einfach auch so viel rotz raus da kommst du gar nicht mehr hinterher und hat auch kein battlefield mehr spielen zu viel payday gespielt ja payday all night long sozusagen die jungs und ja deswegen haben wir uns jetzt aber trotzdem mal zusammengerissen und hier ein paar folgen battlefield rauszuhauen für euch da hab ich direkt voll drüber gezogen wird voll die voll das voll das falsche aiming gerade gehabt ok der links adrian ist auch drüben perfekt sind die gerade zwar voll am ablösen glaube ich aber nach voll noch nicht ganz sollen wir b oder was ja komm ok probieren wir das mal in den ecken sind sie doch immer oder in der ecke sitzt ein sniper irgendwo ok da hinten in die ecke irgendwo einer ist da da ist noch einer auf dem platz hast du den hast du hinter uns ich hab gesehen wie du durch den zaun versucht hast ja ging leider nicht vor uns ah von der seite sniper rechts auf der straße ne oben oh fuck ja da oben alles klar aber es war kein sniper mit auge ja da der ist gerade dazu lol ach gegenüber stehen ein paar ey what the fuck man kann sagen das war aber nicht der der vor mir stand ihr nehmt payday auch auf oder was oder spielt das nur so ja ja heute dann wisst ihr ja wo ihr hin müsst wenn ihr payday gucken wollt ne alle zwei tage also montags mittwochs und freitags weil das ist ich hab ich hab halt die jungs gefragt und kann man das auch so stealth mäßig lösen wenn das helden hat mussten sie leider ehrlich zugeben dass das wohl nicht geht und das war meine voraussetzung um das zu spielen und deswegen habe ich das mir dann nicht besorgt also es ist nicht in jedem level möglich ja nur in einigen halt und deswegen habe ich den jungs was die jungs wollten dann haben da total spaß dran anscheinend und deswegen schaut doch mal bei denen vorbei guckt mal ein bisschen bei den payday bonus mit ich habe es noch nicht anguckt ich werde es mir auch angucken würde ich sagen da oben sitzt ein sniper alter ich glaube ich gehe mal ein bisschen weiter außenrum ich weiß nicht genau welcher punkt denn am besten angreifbar ist dachte b wäre ganz gut wegen der ecke da hinten aber vielleicht sollte man auch mal zu a gehen oder sowas zumindest mal versuchen obwohl ich über den platz keine gute idee ist aua fuck 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 so die hinten versuchen schon zu a zu kommen und die mal unterstützen ich glaube wir sollten auch mit zu denen gehen ja der alles so viel mal wackeln muss jamin oh, no, 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 no no, 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 no no, 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 no lebe komisch ey ich模scht ich man es eigentlich nur so dass die andere Seite alto bekämpfen wird auch von, e comer Marco von sponsor weißte Ja. So habe ich das Hechten hier auf der Map noch nicht gespielt. Ach ja, übrigens, Map ist AP-Zentrum, werden aber viele ja schon gesehen haben. Da vorne habe ich einen gekillt. Nein, nein, Erdbeben. Oh, fuck! Dass doch immer alle im Weg stehen müssen, wenn der Granate reinkommt. Ja, ich bin tot. Kann mich irgendwann ritzen, ritzen, ritzen? Also, ich bin da. Da sind drei, vier. Ja, 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 jetzt lebe ich auch wieder. Jetzt bin ich gleich wieder down, glaube ich. Geh mal hier rein. Ah, ich habe auch Dreck. So, A haben wir zumindest mal wieder. Das ist ein Volkselefon. Den gehört dafür aber auch E und D. Alter, ist das scheiße. Nice one. Ja, oder D. Ja, das D ist in der Mitte hier. Dann auch zu D. Ja, ich glaube, ich gehe hinten durch den Laden. Oh, fuck. Da ist auch direkt einer um die Ecke gekommen. Im Laden drinnen, genau da. War das einer von euch? Ja, das war einer von euch anscheinend. Ne, war nicht einer von euch. D oder B? D. Du sagst gerade C oder B, oder? Ne, D oder B. Achso. Wichser. Ich verdiene gerade Neifen. Das steht auf der anderen Seite eines. Okay, ich glaube, ich habe das falsche Visier für die Karte drauf. So weit sind die Wege dann doch nicht. Ey, ich verlauze, der Mensch, der Granate. Auch eigentlich finde ich es mal wieder ganz gut, Battles zu spielen. Irgendwie fühlst du es gerade. A wird auch wieder eingenommen. Bin wir gerade zurück zu A. Guck mal gerade, was da los ist. Das spielt wieder eine andere Welle. Oh, da sind drei Stück. Das sind drei Stück. Bei A sind drei Stück. So, zwei down. Nice. Nice, nice one. Danke fürs Wiederbeleben. B, E, okay. Ich werde D, ich würde sagen D. D, wo ihr irgendwo hinwollt. Achtung, kommt einer. Sound. Hinten in den Gang rein ist einer gelaufen. Der kommt bestimmt gleich wieder raus. Da. Ich glaube, wir sind schon wieder alles. Wir beide sind unten. Loll. Ah, dann pass auf, link. Loll. Alter, der. Was? Scheiße, Alter. Ich wollte dich wiederbeleben. Alter, wie schnell der reagiert, Alter. Adrian ist irgendwie gekippt. Ich sehe ihn gerade so. Boom, tot. Okay. Da wurde ich wiederbelebt. Oh, jetzt habe ich die Konfig, glaube ich, von dir. Jetzt sind wir gerade bei E gespawnt. Ja. Was ist das für ein Spacken, ey? Hinten von D kommen welche durch diese eine Kassage da. Okay. Wohin? Auf E zu. Zu A oder was? Achso. Da stand einer. Loll, ich werfe Medi-Pack und bevor es den Boden berührt, explodiert es schon. Nice one. Ah, da oben war der. Okay, die Map hier mit 48, Mann, ist, glaube ich, schon noch ein bisschen heftig. So. So. Dann würde ich mal sagen, der Typ muss drauf gehen. So. Danach. Nein, danach. Zwei Typen wiederbelebt. So muss das gehen. Zum Glück spielen hier doch noch ein paar Sniper. Oh, fuck. Verdammt. Wohin soll man jetzt eigentlich? D, W? D ist eigentlich am sinnvollsten. Achso, jetzt haben wir D. Ja, dann zu C. Oh, ich werde hier von überall beschossen. Ah, ich habe die Raketenwaffe, versteht der. Ey, rutsch doch nicht weg. Fuck, eine habe ich, der andere aber nicht. Leute, die Granate kam zurück. Lauf. Okay, das wird eine harte Niederlage. Okay, ist ja auch ein Spielrunde, würde ich sagen. Ganz ehrlich, schon lange habe ich kein Wettelfeed mehr gespielt. Und ich glaube, als einzelnes Squad kannst du bei 48 machen. Hier auf der Karte auch echt wenig ausmachen. Wobei ich gerade sehe, wir sind bei C zumindest schon mal dran. Das ist nicht schlecht. Ja, aber da haben wir wieder D und A verloren. Ja, ja. Man muss doch mit kleinen Erfolgen leben. Stück für Stück zurück. Genau. Von, von wo? Granate mal raus. Oh, einen habe ich mit der Granate erwischt, glaube ich. Ich gehe mal hinten rum. Sollen wir mal hinten rumgehen? Ja, hier kommen gerade drei Leute. Sind die down? Ne, das sind jetzt vier. Und wohin wolltest du jetzt? Ich dachte eigentlich hinten bei A rum. Okay. Also hinten jetzt hier hinten. Weil das ist ja direkt an deren Spawn entlang dann, ne? Ja, okay, ja gut. Hast du recht. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Stehe noch schon Sniper rum und so. Aber na egal, probiere ich mal. Da hinten ist es, der erste Sniper kann ich schon sehen. Holy shit. Oh fuck, da ist der Wagen über mir explodiert, aber ich habe noch zwei mitgenommen. Das ist ja eine Scheitssacke. Ich spawnen gerade auf einmal, geht das Auto hoch. Ja, sorry. Hätte ich vielleicht sagen können. Alter, so ein Huren. Ich komme jetzt aber auch nicht mehr weg. Nein, 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 nein. Aua. Ich bin mit der Kacks Morph ab. Down. Der kämpft ja immer noch rum. Gerben, du Wichser. Und direkt wieder down. Nein, nein, geh weg. Geh weg mit deiner G18. Adrian, da kommt einer. Okay, ist auch down. Wo ist der? Ein bisschen weg hier. Ganz schnell durch den Laden. Alter, Aua. Dann spawn bei mir. Ich bin jetzt vor A. Ach, Mann ey, den hätte ich doch haben müssen. Er ist doch kackier. Nein, nein, geh weg. Okay. Ich spawn bei euch. Perfekt. Wo geht das nicht? Achso, geht's. Oh, da kommen welche. Achtung, Granate. Von rechts, von rechts. Links neben dem Container. Links? Ja. Links, rechts. Von hinten. Ja, nice. Von hinten. Ah, ne Granate. Und dann auf dem Platz. Vorsicht. Bin down. Ja, auch down. Weil der mich durch das Metall zerschossen hat. Alter, dann neift der so'n Penner einfach nur. So'n scheiß Penner. Ja, wie ihr seht, also wir sind die Roten. Das heißt, wir gewinnen gerade. Haus hoch. Ja. Wie schlecht die anderen einfach nur sind. So, da hab ich noch mal mit Rauch geballert. Ich frag mich jetzt halt, was, was... 4 oder C. Ich glaub RC, oder? Ist näher dran. Boah, der Typ da oben, dieser Sniper, Alter. Der geht nur so auf Säckchen hier. Ach, ne überhaupt down. Ne. Schade, das wär'n schöner Weg. Ja, eigentlich schon, ne. Leider ist da alles eingestimmt. Kann er jetzt mal sterben. Alter, voll der Granatensturm hier. Locker 5 Granaten grad hier explodiert. Oh, von links oben. Hinter euch, hinter euch. Lieg auf die Straße. Alter, ihr habt die doch geneifed zweimal. Ach, fuck, hier ist jetzt auch noch einer gekommen. Ich glaub, ich wechsle mal ins Gegenteil, um ihn ein bisschen zu unterstützen. Die sind in der Unterzahl, nämlich. Stammt. Hahaha. Ja, so wie du, so wie du bei, bei Cube World den, äh, den Typen wegbombs, ne? Ja. Erstmal schön den, oh Gott, Händler, wir kauen. Ich bin gestorben direkt in den Granaten reingelaufen. Ja, also 250 zu 0, das ist natürlich gut. Ja, äh, also war richtig gut, war richtig gut. Egal, kannst du nichts machen, ist die erste Runde in Battlefield 3, Leute, da, da müssen wir uns erst mal wieder dran gewöhnen. Ich danke trotzdem fürs Zuschauen und auch an die, äh, danke an die Jungs hier und, äh, ja, schaut mal vorbei da. Viel, viel Spaß und, äh, bis zum nächsten Mal bei Battlefield 3. Tschüss. Ciao.